erste frage in character bitte wie würde ihr game of thrones charakter jacquen hagar das emder filmfest eröffnen das ist schon so lange her jacquen hagar was würde der sagen ein mann freut sich sehr hier in emden zu sein weil ein mann kommt hier von einer insel von daher fühlt er sich in der nähe von wasser immer sehr wohl und ein mann heißt euch herzlich willkommen zum emder filmfest wie ist das für sie game of thrones stranger things internationale produktion wo sie zuerst auf englisch schauspieler und sich danach noch mal selber synchronisieren also sie spielen ja quasi doppelt wie ist das für sie ja das ist eigentlich immer mein wunsch dass ich mich selber synchronisieren kann weil also gerade meine eigenen sprache wenn das dann jemand anderes machen würde das fände ich ein bisschen komisch und das ist aber eigentlich gar nicht so schwierig weil ich ja dann wenn ich synchronisiere dann immer schon weiß was ich da gespielt habe und was ich genau sagen wollte und dass das ist eigentlich relativ easy stranger things werden wir dimitri noch mal wiedersehen keine ahnung dass ich das ist wirklich so dass ich das nicht genau weiß weil die rolle eigentlich in der die vierte staffel nicht überleben sollte als ich angefangen habe zu drehen wurde mir gesagt dass ich dann bei dem großen kampf mit denen mit den demogorgens gefressen werde und während wir gedreht haben wurden aber die drehbücher noch mal umgeschrieben ist auch gar nicht unüblich das passiert bei so großen amerikanischen produktionen öfter und ich habe dann überlebt aber ich hatte eben nur einen vertrag für eine eine staffel und es war es geht ja irgendwann ende diesen jahres weiter aber ob ich da dabei sein werde ich hoffe verfolgen sie die serie denn noch weiter also auch so aus privatem interesse ja klar also bei stranger things was tatsächlich so dass ich ein fan war von anfang an weil es ja auch 80er jahre das war ja so die zeit in der ich in der ich groß geworden bin und fand die von anfang an schon ganz toll und dass ich dann die die möglichkeit hatte dafür ein casting zu machen war ja auch ein bisschen aufgeregt weil ich natürlich unbedingt die rolle wollte wie geht man denn als profi mit so einer aufregung um wenn einem die rolle so wirklich am herzen liegt wenn man sagt ja da habe ich vom drehbuch und von allem überzeugt da will ich unbedingt mitmachen ja es ist eine gute frage also ein rezept gibt es dafür nicht also weil ich bin immer noch ich mache den job jetzt seit 25 jahren und ich bin tatsächlich immer noch aufgeregt also wenn es wenn es bei dem casting ist oder am ersten drehtag dann weil man will es natürlich unbedingt gut machen und dann bei so einer serie wo man weiß dass die weltweit geguckt wird und dass die so viele fans hat da will man dann natürlich auch nicht irgendeinen scheiß spielen sondern ja dass das irgendwie gut machen sie spielen nicht nur international sie spielen auch in deutschen produktionen was würden sie sagen was ist da so grundsätzlich der größte unterschied wenn man jetzt an so einem hollywood set ist oder an so einem hollywood film mit wirkt im gegensatz zu einer deutschen produktion na für einen schauspieler gibt es ja eigentlich gar nicht so einen großen unterschied also in dem moment wo die kamera läuft dann versucht man sein bestes zu geben und die rolle zu spielen so gut wie man es kann was natürlichen unterschied macht ist immer das budget also das ist ja klar je mehr geld da ist desto mehr möglichkeiten hat die produktion oder desto desto besser ist das ganze dann aus also bei solchen großen serien wie game of thrones stranger things ist natürlich das set design perfekt das sind perfekte kostüme man kann sich leisten sehr langsam zu drehen man hat viel zeit was ja bei einer normalen produktion also jetzt bei einem deutschen fernsehfilm ist das ja relativ limitiert und man kann schon mehr sachen ausprobieren aber ansonsten versuche ich immer das beste zu geben alles fängt so mit dem drehbuch an sie sind dieses jahr in der jury vom drehbuchpreis in emden ihr eindruck von den einreichungen so ganz allgemein also es gab ja schon eine shortlist die 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 vorher ausgewählt wurde und ich habe dann jetzt das sind zehn drehbücher die ich gelesen habe und ich fand die da waren schon da waren schon sehr gute dabei ich darf natürlich jetzt noch nichts genaues verraten weil die preisverleihung ist noch kommt aber ja also man merkt schon sind die unterschiedlichsten themen ja also und man sieht so an den drehbüchern dass da das manchmal sachen sind die wo leute schon erfahrungen haben neben die ich wahrscheinlich schon mehrere geschrieben haben oder dann merkt man auch dass es bei anderen drehbüchern dass das wahrscheinlich ein erstes drehbuch ist was jetzt vielleicht handwerklich nicht ganz so perfekt ist aber trotzdem vom vom thema toll also ist wirklich alles dabei also um den nachwuchs müssen uns keine sorgen machen was drehbuchschreiber angeht naja schauen wir mal also es ist es kann nie genug gute drehbücher geben war denn etwas dabei wo sie sagen würden ganz im vertrauen würde ich angefragt werden ich würde ja sagen und mitspielen durchaus also da waren einige sachen dabei die mir richtig gut gefallen haben und ja vielleicht wird der eine oder andere film auch dann tatsächlich gemacht das ist ja immer ein weiter weg vom von der ersten drehbuch fassung bis dann tatsächlich vielleicht daraus ein film wird sie jetzt zum zweiten mal beim emda film fest wie finden sie eigentlich das festival und ostfriesland ich war tatsächlich letztes jahr zum zum ersten mal hier und auch nur kurz da habe ich ja war ich nicht in der jury sondern habe nur aus denen aus dem gewinner drehbüchern dann gelesen und dieses jahr wurde ich eben gefragt ich in der jury mit sein möchte und habe da gleich zugesagt weil ich es eben letztes jahr sehr sehr toll fand also es ist ein kleines festival natürlich aber das hat den vorteil dass es das alles kurze wege sind dass es sehr herzlich ist dass man merkt dass die ganze stadt da dabei ist dass das wirklich ein event für die stadt ist und alle leute versuchen sich da einzubringen und in diesen tagen wo das hier stattfindet die perfekten gastgeber zu sein und die atmosphäre kommt wirklich wunderbar rüber wie kam es eigentlich dazu dass sie letztes jahr nach emmen gekommen sind dass sie eingeladen worden sind auch gute frage dass ich weiß gar nicht wer den kontakt gemacht hatte aber ja ich habe irgendwann den anruf gekriegt ob ich nicht lust habe aus paar drehbüchern zu lesen hat sie vorher schon mal von emmen gehört von ostfriesland na klar also das ist jetzt also sie war jetzt nicht komplettes neuland aber es ist ja auch jetzt ein bisschen weiter weg von berlin also ich war tatsächlich vorher noch nie hier gewesen was ist denn ihr ihr quasi privates programm für das filmfest jetzt haben sie sich filme ausgeguckt die sie sich gerne anschauen würden oder also ich habe noch gar nicht ich habe noch gar nicht genau geguckt also heute nachmittag zum beispiel laufen englische kurzfilme die würde ich sehr gerne sehen weil kurz für mich auch immer so was was wofür festivals super sind weil die hat man ja normalerweise selten auf anderen plattformen gucken kann und ich finde aber gerade kurzfilme auch oft ganz toll und ein wichtiges genre weil das eben auch meistens junge regisseure sind leute die sich zum ersten mal ausprobieren und da kann man oft ganz ganz gute sachen entdecken kurzfilme vor allem britische kurzfilme ist fast die perfekte überleitung englisch sprechen sie deutsch sprechen sie was sprechen sie eigentlich noch an sprachen also französisch kann ich noch habe ich auch französisch hat tatsächlich auch schon mal gedreht und naja so ein bisschen russisch bisschen bisschen italienisch aber es ist tatsächlich auch so dass sprachen von mir immer ein hobby war auch schon als ich in der schule war das war so einst ja bei eins der wenigen sachen die mich tatsächlich wirklich interessiert haben vielleicht auch ein bisschen damit zusammen dass ich in der ddr aufgewachsen bin und man nicht rauskam aus dem land und ich sprachen immer cool fand weil das für mich so was von weiter welt hatte haben sie schon ein bisschen plattdeutsch aufgeschnappt nein also aufgeschnappt also nicht so dass ich selber mir jetzt trauen würde zu schütteln zu sprechen also die chance dass wir sie mal in einem plattdeutschen film sehen ist eher gering schwierig ja sie sind gestern angekommen waren heute auch schon ein bisschen in emden unterwegs mussten eben ein foto machen für touristen die sie glaube ich nicht erkannt haben werden sie denn häufig erkannt doch schon ab und zu also ich bin selber immer wieder überrascht also wie viele leute mich dann privat erkennen also gerade in game of thrones zum beispiel sah ich ja ganz anders aus mit perücke und kostümen und es gibt aber so viele wirklich eingefleischte hardcore fans die dann auch wissen wie die schauspieler privat aussehen dass ich doch schon relativ häufig erkannt werde ja wo werden wir sie denn in zukunft sehen in emden jetzt diese woche und der großen kleinen der großen und kleinen leinwand ich habe gerade eine serie gedreht in amerika die heißt mrs davis die ist vor paar wochen rausgekommen auch eine super geschichte geht es um künstliche intelligenz also hochaktuell und das alles aber sehr auf einem sehr humorvollen level also es geht um eine eine ki die gegen eine nonne kämpft also es ist der große kampf technologie gegen glauben und arbeiten sie gerade schon an irgendeinem weiteren projekt gerade eben habe ich mein erstes marvel projekt gemacht tatsächlich und zwar ein podcast einen serien podcast marvels wastelanders heißt ja und der kommt auf audible ab ende juni zehn folgen kann jeder hören man muss auch kein abo abschließen um ein bisschen werbung zu machen genau das ist das aktuelle wenn sie jetzt schon marvel sagen marvel oder die sie würde ich natürlich marvel sein welche rolle würden sie da liebend gerne spielen also gerade habe ich star lord gesprochen und wenn ich die freie auswahl hätte ich glaube ich würde mich mal an tor versuchen zum abschluss wenn sie da die wahl hätten fischbrötchen matthias was würden wir von der pute nehmen matthias in jedem zustand vielen dank